Sorry, weil ich gerade nicht so gewollt, oh, warum rennt er denn hier in die Richtung? Und neuer muss klären. Genau, toll gemacht, Robert, aber auch toll. Oh, und Xavi Alonso kommt durch. Und Xavi, Alonso. Mit einem sehr klasse Versuch. Und jetzt kommt... Oh, Götze. Der PS3 habe ich letztens Lewandowski für 90 Millionen an Manchester City verkauft. Ich hoffe, das wird mir auf der PS3 nicht mehr passieren. Dass ich ein Gegenangebot mache und dann nehmen sie an. Der größte Fehler habe ich gerade dann gemerkt von mir, weil ich dann immer schlechter wurde. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Deswegen geht ja auch nicht so viel vielleicht. Aber ich habe ja nur gesagt vielleicht, ne. Und... Nein! 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 Ja! Ja! Jawoll, jetzt kommt der FCB. Jetzt muss es schnell gehen, dann kann es gefährlich werden. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Und ausgespielt. Lewandowski! Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Da sind wir. Da sind wir alle. Ja, das... Da wird es nicht klappt. Für den Torhüter ist es dann natürlich ganz schwer. Zwei gegen eins. Und die Halter, wir müssen direkt weitermachen, weil dann wird es nämlich sehr knapp mit der Zeit. Es geht weiter. Steigen wir ein in die zweite Hälfte dieses Gruppenspiels. Vielleicht habe ich das auch irgendwann, da ich so Stundenvideos machen kann. Oder so 10 Stunden vielleicht. Oh, Zocker-Videos. Also... So eine Art... Wie soll ich sagen? So eine Art... So eine Art 10 Stunden Video. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Schade, dass ich immer noch null Zuschauer habe. Was soll das? Ich habe nur nichts gedrückt. Aber... Äh, äh! Der FC Bayern bekommt den Freistoß. Äh! Ich muss jetzt warten. Peter Cech ist zu Arsenal gewechselt und verlässt Chelsea. Und komm, Xavi Alonso! Oh! Ich glaube, ich hätte es jetzt doch lieber Alava schießen lassen sollen. Aber die... Guck mal, wo der Ballstrich ist. Das ist viel zu weit entfernt. Ich hätte ihn reingemacht. Ist dann wohl. Nun, Lukas. Noch besser wäre, wenn der Alava... Äh, der Acosta da wäre. Ist mein bester Schütze bei FIFA. Oh je. Nein! Nein! Jawoll! Ja! Komm, Walter! Geh! Geh! Geh, mein Junge! Renn, mein Junge! Ne, rennt doch nicht. Arschloch! Aber gute Stimmung im Stadion! Höre ich auch! Nein! Nicht gut verteidigt! No! Kein Problem hier! Verteidiger hat aufgepasst! Javier Alonso! Gute Aktion vom Deuter! Ah, ich bin nur berühmt für meine Weitschüsse. Bla 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 bla. Brrrrrr! Oh nein, hast du dumm! Hallo? Nein! 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 Ich kenne dich doch weg! Ich kenne dich doch weg! Nein! Fluffige Klappe bohrt! Teng! Spiel auf Weltklasse, ne? Darüber mal gesagt, finde ich eigentlich ganz gut! Und da kommt der Weitschuss von Müller! Scheiß Kevin Trapp, ey! Ey, komm, jetzt tue ich Alonso! Deswegen wollen wir direkt rein, wenn der Torwart nicht rausläuft! Wie der Ecke! Mal sehen, was sieht aus, mal an! Ja, Mann! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! So! Dann kommt er hin und er baust du den Ball weg! Der wird aller, 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 aller! Ja! Der Holla! Ja! Ja! Warte mal Spaß! Es ist Bewegung auf der Bank! Gleich kommt's zum Wechsel! Bei der nächsten Unterbrechung wird der neue Mann kommen! Manchmal höre ich irgendwie morgens schon in Kiew, morgen, ne, warte mal, heute in Kiew, morgen schon in Wien zusammenhalten, das ist unser Ziel, höre ich manchmal! Ich glaube, es hat heute mit dem Video mit 15 Minuten, bin schon der 80. Und das dauert nur ein paar Minuten und... Abfeld! Super mitgespielt! Da kommt er ganz schnell raus! Da kommt er ganz schnell raus! Scheiße! Ein paar Sekunden habe ich nur Zeit! Ne, halt auch gar nicht mehr! Nein! Der Ball kommt gut! Der Ball kommt gut! Es gibt einen Wurf! Lavecci! Und Tiago! Er steht gut und hat den Ball! Eine wassinnere, die ich mich nicht voran verraten habe! Ich bin sehr schnell dabei! Ich weiß es ist aber nicht so, dass ich dann noch nicht drauf finde! Du hast ihn jetzt auf den letzten Livestream gemacht, wenn ich dann natürlich auf der íste Video mache! Ich weiß es nicht! Jedes denn der Kanal macht's! ich hoffe dass der Weg auf Twitch längere Videos machen und es dir vielleicht hoch bleibt, ich glaube auf Twitch kommt auch jemand abonnieren, oder? Bin grad nicht sicher, aber ich glaub schon Oh fang Ah Yusuf, die hat es nicht da Ey, wenn jetzt noch so ein Super-Sieg-Treffer käme, hätte ich gefeiert, okay? Ist jetzt dumm, Alter So, das war's auch schon mit meinem ersten Video, bis dann zum nächsten Mal, tschau tschau